Hm... Haha... Hier sind sie... Hier ist... ...der Schlüssel... ...um einen Steve-Fall zu schalten. Wie ihr seht, wurde ich befreit. Leute, passt auf. Den Typen nehm ich noch mit und dann verschwinde ich auch wieder. Was? Ist der etwa da gelandet? Hm... Wie soll ich sagen? Ich geh da mal, liebe Leute. Alle, die mich erzählen hier gerade. War schön mit euch. Bye-bye! Also ja, ähm... Einen der Stile habe ich euch jetzt gezeigt. Welche... Welche Stile man sonst noch freischalten kann, weiß ich ein bisschen durch den Leaks, aber man... Weiß noch nicht wie, weil, ähm... ...die noch gar nicht freischaltbar sind. Das ist die Sache. Man schätzt, dass jede Woche, die jetzt noch kommt, man sozusagen einen Stil weiter freischalten kann. Ja, genau. Siehst gerade nicht sehr glücklich aus. Thanos! Schaut euch den an. Warum zittert das... Warum zittert das da unten, das so? Ja, jetzt hast du ein bisschen dein Gesicht frei, hä? Freust du dich? Wir können auch ihn ein bisschen quälen. Wieder in das Schloss ansetzen. Lass mal sehen, wie er aussieht. Ah... Sei keine Emotion! Er ist richtiger Hardcore-Boy! Hohoho! Ah, ich habe das da freigeschaltet. Ja, okay. Also ja, ähm... Jetzt noch... ...zu Wildcards. Denn im Itemshop haben wir... ...diesen Skin immer noch. Den Tanzier auch immer noch. Den Hängegleiter, naja. Und die... ...Football-Scans... ...und... ...und den hier. Den hole ich mir auf jeden Fall, Leute. Denn passt auf! Der passt super zu Wildcard! Auf den Emote habe ich gewartet. Nicht so lange wie auf dem Emote Cheer Up. Ich hoffe, der kommt morgen oder sowas. Weil morgen der, ähm... ...Super Bowl ist. Ähm... Ich ersetze dich... Warte, das hier ersetze ich mal durch... ...und das hier ersetze ich dann... Okay, ich ersetze hier auch noch zu Favoriten. Und... ...und... ...zu mir leid. Du wirst niemals diesen Tanz hier ersetzen, den ich hier habe. Einer meiner Favoriten. Und dann würde ich sagen... ...machen wir noch eine Runde Gruppenkeilen. Warum denn... Oh! Gibt's gar nicht. Haha! Repräsentiere eines von zwei großen Teams des großen Spiels... ...die in diesem Action-geladenen Modus um den epischen Sieg kriegen. Das erste Team mit 100 Eliminierung gewinnen. Ah! Okay, und was ist da so anders als Gruppenkeilen? Das ist Gruppenkeile. Das ist Gruppenkeile. Achso. Wären etwa alle jetzt... ...Football... ...American Football... ...Helme aufhaben oder sowas in der Art? Wahrscheinlich. So wie... ...Footfight. Let's go, baby! Was eben was? Dieser neue Emote für... ...Kraft in mir... ...erweckt! Oh man, ey! Ich wollte... Ach, egal. Achso, man kann glaube ich nur spielen, wenn man so einen Skin hat oder sowas. Ich habe den zum Glück. Okay, okay, okay. Beim Eis werden wir leider nicht sein. Schade, liebe Leute. Alter, rastet doch jetzt hier nicht gleich alle aus. Boing, boing, boing! Und ich hatte extra schon alles ausgerüstet für Wildcard Cashflow. Den Hängegleiter, die Spitzhacke. Ah! Seht ihr? Der Hängegleiter vom Wildcard! R... RIP! Wow! Spack hier! Nicht rum, Junge! Aha! He-he! He-he! Boah! Ja, der Emote ist so gross, ey! Ey! Holy Macaroni, was denn da passiert, ey! Hallo, ähm, Inspector! Wollen Sie mir ja verraten, was hier passiert ist oder muss ich es aus Ihnen rausprügeln, die Wahrheit? Haha! Junge, was ist denn dein Problem? Haha! Kann nicht aufhören! Will nicht aufhören! Ah! Ah! Ach, es ist nur solche Sachen, okay. Okay, die Party kann gleich starten. Ich bräuchte noch ein Sturmgewehr eventuell. Wäre nicht schlecht. Kollege, lass mich einsteigen! Ey! Sturmgewehr! 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 Munition! Munition! Let's do this! Könnt ihr diesen Meme Zeigt ihnen, dass wir keine Geldverschwendung sind Ja, das wäre passend zu den Hängegleitern Da fliegt der eine so Zeigt ihnen, dass wir keine Geldverschwendung sind Ballon Oh yeah Ähm Ha Gotti Mist, ich wollte es dir ja zumachen Äh, nein Nein, 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 nein Hoho Oh yes Oh yes Gimme Gimme, gimme, gimme Hallo sehr Interessierst dich nicht für meinen Tanz? Interessierst dich nicht für meinen Tanz? Ey Get back here Hallo So So müssen wir jetzt packen Ey Achso echt Ich hab nie jemand so disrespektvoll gesehen wie dich Wow Hoho Bein Akari auf dem Boden Passt auf, boah Let the party start, boah Obwohl, nein, warte, ich hab nicht genug Mets Verdammt Gerade als ich dachte, es könnte nicht schlimmer werden Ei, 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 ei Halleluja Fragezeichen Multiple Fragezeichen Alles klar Du wüsst es nur Alles klar Na, I'm good How the frick Okay, ähm, da drüben ist ein Loot Drop Vielleicht kann ich ihn mir krallen Wer weiß Landung Wenn jemand aus unserem Team stirbt, dann wenn, dann durch Fallschaden Aber nicht durch den Gegner Niemals Wir sind so ehrenvoll Oh, da ist Da oben ist ja noch die Kiste Okay, okay Sag das doch gleich, Kollege Dann würde ich sofort Als ich als erstes haben wollen Obwohl, jetzt wo ich sehe, was für einen Loot du beinhaltest Der doch nicht Bye, bye Uh, legendärer Automat Halleluja Fragezeichen Nein Das war meins Bye Gegner Gegner Gesicht Feuer Oh, Teamwork Teamwork Das feitste, liebe Leute Also, ja Jetzt nochmal zurück zum legendären Automaten Was, was gibt's da? Ben in disguise Holz dann Oh, noch besser Oh, oh Oh, oh I like what I see Give me all your wood Give me all your wood Oh, oh Ey, wir werden das jetzt nicht wiederholen Wie das im letzten Part war, oder? Ey Ey, halte dich fair von meinen Bäumen Ich fälle hier Du fällst da drüben Ah, verdammt, naja Kann ich schneller Holzfarben Kann ich schneller holen? Schaff ich es da drauf zu landen? Nope So viel dazu Ähm Einer geht noch Einer geht noch rein Ey, Junge Schimmer deine Nerven Das tust du nicht Was macht ihr jetzt? Ey, wenn ihr mich jetzt gesnipet hätten So Ey, dann wäre ich ausgerastet Kann ich euch sagen Die Partikeln starten Warte Warte, ich muss doch noch etwas Salz haben Oh Und was für eine Entfernung Boah Ne, boah Hi Ey Das war mein Loot, ey Müsst du mich fair bringen? Oh Hä, hä Kann ich ja vergessen Auf den Weg Boah Ne, ne Ich behalte Maschinenpistole So Ich merke, ich steige das sehr Muss ich zugeben Achso Bist nur du Okay Hi Hey, hey, hey Ey, hey, hey Was ist denn hier los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Wer? Wo? Und wann? Ah, wo? Okay Bist nur du Ey, hört ihr mal auf Euch gegenseitig hier Pranks zu spielen Da ist nix Ach, da ist er Heißt er Netter Name Ich bin jetzt nicht gerade in Mitte Nehmen Getüme Könnt ihr was sagen Wie wärs, wenn wir mehr in die Mitte gehen Habt ihr den nächsten gefunden? Oho Äh, äh Ja, ähm Sprechen wir nicht mehr drüber Ja Ja, 22 Ab, ey Jemand bitte Dann fertig machen Danke Irgendwann jumpet Dass ich kurz Abkürzung mache Nope Ah, eh Okay Ähm Let's Du bist serious now Du bist schlecht, Junge Komm her Komm her Komm her Alles klar Kollege Äh Was? Wer sniped da rum, ey Einer weniger Jupp Ähm Ja Ich hab nix Zu meiner Verteidigung Zu sagen Wow War nie auf was hier Okay, okay Ich glaub ich bin zu ner richtigen Zeit am richtigen Ort erschienen Ey, wirst du mich eigentlich komplett rollen? Ey, wirst du mich rollen? Der war doch Das ist ein Ecker Alles klar Kein Problem Ich komm nochmal Kein Problem Hä? Wo sind die hin? Ah, nee, warte Das ist etwas weiter da oben passiert Aber, ey Ich komm hier nicht mal Dazu meinen Drink hier zu trinken, ey Ja, ähm Morgen kommt vielleicht noch ein Video Hängt davon ab Ähm Was morgen in den Shop kommt Angeblich Kriegen wir wieder was kostenloses im Shop Also für 0V Was? Würde ich euch das holen? Oh, oh Die holen ein Okay, Zeit, dass ich jetzt mal wirklich gut spiele Hallo Sackte er Und starb fast Grüße gehen raus Mein Controller ist echt nicht mehr der Beste Gehst du mal Ähm, danke Ähm, ja Du bist hier nicht sehr erwünscht Möchte ich erwähnen Danke Ah, ey Hätte nicht gedacht, dass hier eine Falle ist Okay Notiz an mich Diese Falle sofort Entfernen Obwohl, da kann ich Okay, ähm Nein, ich entferne die Falle nicht Ich möchte was zeigen Falls der Stuhl noch da ist Ähm Super Neue Neue Minis Ähm Okay Okay Ähm, doch nicht Vergess das Vergess meine Aussage Warte, ich bin noch nie fertig mit Saufen So weit Ey Ich hab keine Ahnung, was hier passiert Aber, ey Ich hab hier keine Ahnung, was hier passiert Deswegen, ja So viel dazu Es verwirrt mich voll Ich möchte es nur erwähnen Oh, no you don't He, he Meins, danke Der hat sich grad wahrscheinlich richtig über den Loot gefreut Und hat gedacht Ich leg's mal kurz hier ab Der will's wahrscheinlich jetzt wieder Haha, ich seh's schon Hallo Der Schäfer Gut zu denken, dass die hier Ähm Ne, ich muss angreifen Ähm Kommt das von euch? Moment Du bist nicht von meinem Team Oder? Nö Kollege, bleibst du mal stehen? Sie sind verhaftet Hallo Du bleibst hier Ey Fliegt ne Rakete ins Gesicht Sicher Ich meine, warum auch nicht Kein Problem hab ich damit Ja, ist der Typ immer noch hier? Hm Das wird die EC win Ey, 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 ey Für wen hässt du dich? Mal schießen Wär gut, Kollege Ich kann nicht schießen Mal wieder Ja, ja, ja Ähm Darf ich erwähnen, dass ich nicht sehr begeistert bin Von dieser Runde Weil Mach egal Das war's für euch Aber sowas von Soll ich vielleicht ein bisschen Gameplay heute noch mit Wildcard so zeigen Schlipp mal hier ab in der Infokarte Was ist denn, jo, ey, 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 ey? Wer ist das von mir? Denkt dran, heute Abend ist Der Marshmallow Das Marshmallow Event Ich bin da nicht da Habe ich ja schon gesagt Bin bei einem Freund Aber ich werde schon meinen Simpf Morgen vielleicht dafür zu geben Also nicht vergessen zu abonnieren Den Daumen nach oben zu lassen Und die Glocke zu aktivieren Und mich hören Für einen weiteren Film Bye bye Outro